Musik Hallo Leute Hier ein neues Let's Loof und wir besuchen mal den Lennart Hahahaha Angeworzt So sieht jetzt dein neuer Alltag aus Und... Was los? Besitzkampf. Oh ja, mein Ball. Nee, wenn du da hüpfst, dann fällst du noch runter. Nein, nein, nein. Dieser Hund ist vier Monate und eine Woche. Ja, fast. Fast. Ja, anderthalb. Okay, anderthalb. Wir wieder Musik hören. Das ist ja flutschig. Und wir sind in Besitz eines neues Küchen. Wie ihr seht, seht ihr hier keine Küche mehr. Hund! Ah, Hund, 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 Hund! Und hier kommen wir in die neue Küche. Extra mit Tür. Aber Tür wird nicht benutzt. Sondern... Irgendwie das zum Tür aufhalten. Hier, diese neue Küche. Sieht schnig, schnig, schnig aus. Untere ist Backofen. Obere ist Dampfgarer. Mini Kühlschrank, der quietscht. Red Deutsch. Wurscht. Ohne Wurstwasser. Werbung. Das, was er schon kann. Guckst du? Warte? Warte? Ja. Normalerweise macht er noch Sitz, aber er sitzt ja schon. Ja. Ist das Unwurscht? Warte, ja. Warte, doch, doch. Ich will wieder durch die Kamera gucken. Nicht mal kriege ich das hin. Nein. Du fiederliche Sau. Hier, die Arbeitsplatte hier. Das Graue. Das kommt bald noch weg. Da kommt eine Marmorplatte drauf. Komplett hier alles Marmor. Hammergeil. Zeig das Dämmlicht. Oh yeah. Ja, voll der Fall. Wir haben ein Induktionsherd. Und erst seit gestern die Töpfe. Und wir haben aber seit... Wann die Küche? Donnerstag? Seit fünf Tagen die Küche und seit gestern erst die passenden Töpfe für den Herbst. Davor haben wir hier gekocht. Auf diesen tollen Grill. Ja, toll. Die Leute sehen jetzt an Thermometer. Mhm. Und hier kann man noch so eine Gaskochplatte rausklaufen. Auf der Hindehäuser. Komm, noch einmal. Auf der Hindehäuser. Auf der Hindehäuser. Auf der Hindehäuser. Ach so, du hast den schon wieder. Die dicke Nase. Auf der Hindehäuser. Hei im Wasser. Ja, das Tatsache. Ja, das ist wirklich richtig. Kennen die alle diese schönen Bilder? Ja, kennen die. Willst du... Was will ich? ... uns... ... ein Klo erklären? Nein, ich will keinen Pott erklären. Die Schüssel funktionieren kann sein. Ja. Möchtest du etwas über unseren geplanten Urlaub erzählen? Wir fahren in Urlaub. Gestern ganz spontan entschieden wir fahren nach Dänemark. Erzähl das in der Küche. Mit dem Wufti. Einmal. Oh, Spiele, 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 Spiele. Action Cam. Ah, er ist gegen mich nicht gelaufen. Ball. Absturz! Digga. Ah ja. Ball. Hehehe. Hehehe. Mein Ball. Mein Ball. Mein Ball. Genau, mit ihm hier fahren wir in... ... Urlaub nach Dänemark. Sorry. Ähm. Ja, das wird recht geil. Direkt in die Dünen. Ein Feldenhaus in den Dünen. Ja, richtig geil. Mit über 2000 Quadratmeter Grundstück. Wie geil ist das bitte? 400 Meter bis zum Strand. Und... Ja. Aber immer nur geil. Und der Strand ist groß. Der Strand ist sehr groß. Also kann man das Haus irgendwie viermal nebeneinander draufstellen. Das ist dann die Breite. Die Länge ist natürlich ewig. Und das ist einfach geil. Ja. Da freuen wir uns alle drauf. Wahrscheinlich folgt ihm der nur. Der weiß noch nicht. Nichts von seinem Glück. Ja, aber er muss dann erst mal die Autofahrten überstehen. Das sind ja ewig viel... Aber das wird schon. Er mag ja Autofahren. Er sitzt bei 250 im Kofferraum und guckt hinten aus der Tür... Aus der Fenster raus und freut sich sein Leben. Ja. Folgen liebt das dann noch, wenn das Fenster offen ist. Und dann steht er da immer im Luftstrom. Ja, genau. Das 250 steht, aber... Ja, eben. Wenn wir mal in Dänemark... Ich hab keine Ahnung, wie das bei Dänemark ist mit Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob die da oben schon Strom und Straßen haben, aber... Keine Ahnung. Wir haben einen Fernseher, also werden sie ruhig... Wenigstens Strom haben. Wenigstens das. Ja, können wir klären. Mini RC Kass! 2 Stück. Ja, wir haben einen neuen Receiver für den Fernseher. Warte, warte, muss geheim bleiben. BAM! Wunderschöner Receiver und diese Lampe... Diese Lampe musst du bei der Installation dran glauben. Die hatte normalerweise halt sowas nur in Hälfte. Ja, so einen geilen Lampenschirm drumherum und ich hab da irgendwie so ein Kabel rausgezogen und dann lag das scheiß Ding an. In Scherbe. In Scherbe. In Scherbe. Was willst du? Lagt dann in Scherben da. Ja, das lag dann in Scherben da. Ja, das lag dann in Scherben da. Von dem Vetter. Ich einfach Unverbesserlich 2, einfach der geilste Film ever. Der Film läuft wahrscheinlich nicht mehr im Kino, wenn ihr dieses Video seht, aber es ist uns so scheißegal. Dieses Funde ist so süß. Ey. Ey! Ey! Ah, Bücken! Ah, Bücken! Ja, ich hab' zu viel Arbeit. Frühmorgens um halb vier. Tja! Ich wurde gerade abgeworben. Ah! Wund! Das sieht bestimmt geil aus, Herr Wies! Ja, du gibst jetzt gut! Leute! Ja, er beißt mich! Ah! Au, au! Er beißt mich! Scheiße! Äh! 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 Ungefährt da! Da hab' ich gebischt! Daaa! Nein! Ah! Da ist ein Ball! Ball! Ball ist da! Und ich würd sagen! Delfin Action! Und tschüss! Ciao! Sick! Du! Euer! Die Sande ist genial! Ciao! Dup! Und